Ironischerweise ist die von Washington geförderte, regelbasierte Ordnung angesichts der historischen Rolle der USA bei der Förderung des Völkerrechts eine moderne Version der Herrschaft durch Gesetz. Sie geht davon aus, dass die Vereinigten Staaten oder die Vereinigten Staaten zusammen mit dem Club der ehemaligen imperialistischen Mächte, genannt G7, die Regeln machen, sie nach Belieben ändern, sich selbst davon ausnehmen und bestimmen, für wen sie gelten oder nicht gelten. Dieses System wird von der globalen Mehrheit als illegitim abgelehnt, die eine auf der Charter der Vereinten Nationen und den Entscheidungen der internationalen Gemeinschaft basierende Ordnung bevorzugt. Am 10. Juli 2024 hatte ich die Ehre, die chinesischen Teilnehmer des Executive Leadership Program der Universität Cambridge anzusprechen. Hier ist, was ich sagte. Eine neue Weltordnung entsteht. Viele nennen sie Multipolar, aber es ist besser, sie als Multinodal zu beschreiben. Schließlich ist ein Pol das Ende einer Linie zwischen zwei Punkten. Aber die entstehende Ordnung ist ein dreidimensionales Netzwerk, keine zweidimensionale Achse oder sogar eine Sammlung von Achsen. Knotenpunkte sind Orte, an denen viele Verbindungen unterschiedlicher Größen und Intensitäten entstehen, enden und sich auf verschiedenen Vektoren kreuzen. Multinodal ist eine genauere Beschreibung der geopolitischen Landschaft, die sich jetzt herausbildet. In diesem neuen internationalen System interagieren und verbinden sich Länder in einem multidimensionalen Kontext, nicht nur in einem bilateralen. Diese Interaktionen erfolgen oft auf vielfältige, manchmal inkonsistente Weise. Ein Land kann schlechte politische Beziehungen oder militärische Konfrontationen mit Ländern haben, mit denen es dennoch eine bedeutende wirtschaftliche Interdependenz hat. Dies ist eine treffende Beschreibung der aktuellen bilateralen Beziehung zwischen China und den USA, oder, was das betrifft, der Beziehungen zwischen China und Vietnam, trotz der ideologischen Ähnlichkeiten der beiden Länder. Oder, im Fall der Beziehungen der USA zu Vietnam, bestehen große ideologische Unterschiede neben einer florierenden wirtschaftlichen Beziehung und einer bescheidenen Menge vorsichtiger geopolitischer Zusammenarbeit. Dies war der Geist des jüngsten Treffens der chinesischen und japanischen Premierminister mit dem Präsidenten der Republik Korea in Seoul. Wir werden in Zukunft viel mehr von dieser Art von Komplexität in Beziehungen sehen. Zum Missfallen von anti-chinesischen oder anti-amerikanischen Eiferon können die internationalen Interessen und Bestrebungen Chinas oder der Vereinigten Staaten nicht allein durch ihre bilateralen Interaktionen verstanden oder vorhergesagt werden. Jeder verbindet sich auf unterschiedliche Weise mit dem anderen, und jeder hat komplexe Interaktionen mit anderen Ländern und Ländergruppen. Solche Länder und Gruppierungen verbinden sich auf ihre eigene Weise mit noch anderen. So wichtig die sino-amerikanische Beziehung auch ist, sie ist nur ein Teil des Kontexts, in dem Peking und Washington im In- und Ausland interagieren und sich verhalten. Nach anderthalb Jahrhunderten des Niedergangs steht China wieder im Zentrum des pazifischen Asiens. Zum ersten Mal in der Geschichte ist es auch eine Weltmacht, eine Nation, deren Interessen und Präferenzen bei der Verwaltung jeder menschlichen Domäne und Aktivität anerkannt und berücksichtigt werden müssen. In seinem umfassenden globalen und regionalen Einfluss ähnelt China nun den Vereinigten Staaten. Ab 2024 gibt es keine andere Großmacht, die dies für sich beanspruchen kann. Allerdings gedeihen regionale und mittlere Mächte in der Nachkriegszeit des Kalten Krieges. Japan ist in wirtschaftlicher Hinsicht eine Weltmacht und kehrt vorsichtig zu einer führenden Rolle in den politischen und militärischen Angelegenheiten des pazifischen Asiens zurück. Russland hat globale militärische Reichweite, ist aber außerhalb des Energiesektors kein bedeutender Akteur im globalen Handel und bei Investitionen. Indien ist der Hegemon in Südasien, hat aber derzeit wenig Einfluss über diese Region hinaus. Europa hat globale wirtschaftliche Reichweite, ist aber zu uneinig, um selbst in der eigenen Region, geschweige denn darüber hinaus, entschlossen zu handeln. Großbritannien und Frankreich behalten starken, aber schwindenden intellektuellen und kulturellen Einfluss in ihren ehemaligen imperialen Domänen. Die arabische Welt hat keine Kohäsion und bleibt unfähig, ihre eigenen Angelegenheiten effektiv zu regeln, geschweige denn die andere. Brasilien, Äthiopien, Deutschland, Indonesien, Iran, Mexiko, Nigeria, Polen, Saudi-Arabien, Südafrika und die Türkei gewinnen in ihren Regionen an Macht, haben aber keine entscheidende, globale Schlagkraft. Alle streben danach, ihre strategische Autonomie zu erhöhen. Keiner ist bereit, sich China, den Vereinigten Staaten oder einem anderen potenziellen Oberherrn zu unterwerfen. Die Behauptung, dass das internationale System und seine Dynamik nun durch den Wettbewerb der Großmächte definiert werden, hält einer Überprüfung nicht stand. Dies ist eine besonders amerikanische Reaktion auf den fortschreitenden Verlust der US-Dominanz in allen globalen Bereichen außer dem Militär. In einer Welt, die nicht mehr von der bipolaren Ordnung des Kalten Krieges dominiert wird, haben alle Staaten Handlungsspielraum. Sie haben die Macht, einen Unterschied zu machen und sich so zu verhalten, wie sie es im Einklang mit ihren Interessen sehen. Die Welt teilt nicht die hartnäckige Vermutung der Biden-Administration, dass die Gescheichte in einer großen Schlacht zwischen Demokratie und Autokratie gipfelt. Amerikas Besessenheit mit der demokratischen Ideologie entsteht nicht durch ausländische Bemühungen, die verfassungsmäßige Demokratie in den Vereinigten Staaten zu untergraben, sondern durch interne Faktoren, die die Demokratie und die Rechtsstaatlichkeit im Inland erodieren. Verfassungsmäßige Demokratie kann nur zu Hause aufgebaut und aufrechterhalten werden. Sie kann nicht durch die ausländische Weigerung, sie nachzuahmen, demontiert werden. Die Voraussetzungen für eine verfassungsmäßige Demokratie umfassen die Kombination von Rechtsstaatlichkeit und Meinungsfreiheit. Diese im Westen erfundene Kombination hat historisch gesehen eine Debatte unter einer informierten Bürgerschaft ermöglicht, damit diese die Regierungsregelung beraten und zustimmen kann. Wenn die Vereinigten Staaten weniger verfassungstreu und autoritärer werden, ist dies beunruhigend für diejenigen, die wie ich die Werte der europäischen Aufklärung schätzen. Aber es ist das Ergebnis von Entscheidungen, die von Amerikanern getroffen wurden, nicht von Manipulationen durch China, Russland oder irgendeine andere Großmacht. Das westliche Konzept der Rechtsstaatlichkeit, Fadzi auf Chinesisch, unterscheidet sich erheblich von der chinesischen legalistischen Theorie der Herrschaft durch Gesetz, Yifa-Ziguo, die jetzt fast überall de facto an Boden gewinnt. Die Rechtsstaatlichkeit ist ein System, in dem Herrscher ebenso wie Bürger, Institutionen und Entitäten den Gesetzen unterliegen, die öffentlich verkündet, gleichmäßig durchgesetzt und unabhängig beurteilt werden. Herrschaft durch Gesetz befähigt einen vermeintlich weisen Herrscher, Regeln zu erstellen, die unveröffentlicht bleiben können. Diese Regeln sind fallweise änderbar, um gewünschte Ergebnisse zu erzielen, und schränken die Entscheidungen oder das Verhalten des Herrschers nicht ein. Herrschaft durch Gesetz, wie sie am deutlichsten von Han Faizi befürwortet wird, schlägt ein Regierungssystem vor, in dem Entscheidungen des Herrschers geheim getroffen werden können und oft auch sollten. Dies wird durch eine explizite Politik ermöglicht, die Bürger uninformiert zu halten, genannt Yumin Zhengzi auf Chinesisch, damit sie die Anordnungen ihrer Herrscher nicht in Frage stellen können. Dieses System definiert jede Ansicht, die nicht mit der offiziell genehmigten Erzählung übereinstimmt, als Desinformation, die unterdrückt werden muss. Es lehnt das ordnungsgemäße Verfahren ab. Es ist unterwürfig gegenüber politischer Macht, Prestige und Privilegien und erlaubt, dass die Regeln selektiv angewendet werden, basierend darauf, wer was wem angetan hat, anstatt was getan wurde und ob es richtig oder falsch war. Dies sind ganz unterschiedliche Konzepte der Regierungsführung, und die Nationen der Welt unterscheiden sich darin, welches am effektivsten und wünschenswertesten ist. Diese ideologischen Unterschiede sind von Bedeutung. Sie manifestieren sich in den unterschiedlichen Ansätzen der Nationen zu internationalen Interaktionen, sowie in ihren Ansichten über die Vorzüge und die Legitimität der innerstaatlichen politischen Systeme. So sei es. Lasst 100 Blumen blühen, 100 Denkschulen miteinander wetteifern. Wie ein großer Reformer einmal sagte, ist die Praxis das einzige Kriterium der Wahrheit. Das Völkerrecht ist das intellektuelle Erbe westlicher Nationen, die sich der Rechtsstaatlichkeit verpflichtet fühlen. Es ist das Produkt eines internationalen Konsenses oder von Institutionen wie den Vereinten Nationen, die durch internationalen Konsens geschaffen wurden und befugt sind, Regeln zu erlassen, die das Handeln souveräner Staaten oder die Interaktionen zwischen ihnen regeln. Es ähnelt der Rechtsstaatlichkeit, da es Gemeinschaftswerte repräsentiert. Es ist nicht das Produkt willkürlicher Anordnungen einer einzelnen Nation oder einer Gruppe von Nationen. Es wird offen erklärt, umfasst das Konzept der souveränen Gleichheit der Staaten und hat Standards sowie autorisierte quasi-gerichtliche Mechanismen für die gewaltfreie Beilegung von Streitigkeiten etabliert. Der Zweck des Völkerrechts ist es, die Schwachen vor den Starken zu schützen. Deshalb sind seine größten Befürworter heute Nationen, denen die Macht oder der Ehrgeiz fehlt, ihre politischen oder wirtschaftlichen Präferenzen anderen aufzuzwingen. Ironischerweise, angesichts der historischen Rolle der USA bei der Förderung des Völkerrechts, ist die von Washington geförderte regelbasierte Ordnung eine moderne Version der Herrschaft durch Gesetz und China würde sie erkennen und billigen. Es wird angenommen, dass die Vereinigten Staaten oder die Vereinigten Staaten plus der Club der ehemaligen imperialistischen Mächte, genannt G7, die Regeln machen, sie nach Belieben ändern, sich selbst davon ausnehmen und bestimmen können, für wen sie gelten oder nicht gelten. Dieses System wird von der globalen Mehrheit als illegitim abgelehnt, die eine auf der Charter der Vereinten Nationen und den Entscheidungen der internationalen Gemeinschaft basierende Ordnung bevorzugt. In der Zwischenzeit zerfallen die nach dem Zweiten Weltkrieg geschaffenen Institutionen der globalen Governance. Das System der Vereinten Nationen war nicht in der Lage, eine wirksame Antwort auf Krieg und Staatszerfall, globale Erwärmung, Massenmigration, Pandemien, Völkermord, Artensterben, nukleare Proliferation und andere Herausforderungen für die menschliche Existenz zu geben. Der Sicherheitsrat ist gelähmt. Regulierungsregime wie die Welthandelsorganisationen haben eine entscheidende Rolle bei der Förderung des globalen Wohlstands und der Expansion der Weltwirtschaft gespielt, aber sie stehen jetzt unter Beschuss und zerfallen. Die UN-Charta und die internationalen Konventionen, die einst das nationale Verhalten einschränkten und die Welt einigermaßen sicher und vorhersehbar machten, werden nun immer häufiger missachtet. Wie die konstitutionelle Demokratie befindet sich auch der Respekt vor dem Völkerrecht auf dem Rückzug. Es ist unklar, ob es durch eine Version der Herrschaft des Rechts oder durch eine Anarchie ersetzt wird, in der, wie Tukedidis schrieb, die Starken tun, was sie können, und die Schwachen leiden, was sie müssen. Leider würde Tukedidis nicht überrascht sein von dem, was in der Ukraine, in Palästina, bei den Vereinten Nationen oder am internationalen Gerichtshof in Den Haag passiert. Wenn wir die UN nicht reparieren können, müssen wir sie ersetzen, wie wir es mit dem Völkerbund getan haben. Subglobale Institutionen mit weniger als universeller Mitgliedschaft, begrenztem Zusammenhalt, unsicherer Autorität und keiner nachgewiesenen Fähigkeit, planetarische Probleme zu lösen, scheinen zunehmend die globalen Institutionen und rechtlichen Rahmenbedingungen zu ersetzen, die von der internationalen Gemeinschaft nach dem Zweiten Weltkrieg geschaffen wurden. Leider wird mein Land nicht die Anstrengungen zur Reform dieser Institutionen oder zur Bewahrung des Völkerrechts anführen. Deshalb müssen andere dies so gut wie möglich tun. Amerikas verzweifelte Reaktion auf den Verlust seiner wirtschaftlichen und politischen Vormachtstellung bestand darin, protektionistische Handels- und Investitionspolitiken zu übernehmen und seine Außenpolitik zu militarisieren. Aber weder Protektionismus noch Militarismus können oder werden Amerika wieder groß machen. Keines von beiden ist eine Antwort auf hegemoniale Überdehnung. Zu versuchen, zehn Flöhe gleichzeitig mit allen zehn Fingern zu zerquetschen, wie es im chinesischen Sprichwort heißt, ist ein absurdes Unterfangen, das sowohl vergeblich als auch lähmend ist. Tatsächlich hat Washington anstelle von Reformen und Öffnung eine nationale politisch-ökonomische Strategie der industriellen Verstopfung und des Hungerstreiks angenommen. Unfähig, mit chinesischen Elektrofahrzeugen, Batterien, Solarmodulen oder Windturbinen zu konkurrieren, verbannt die Vereinigten Staaten diese vom Markt. Dies mag wie eine beispiellose Reaktion auf die Herausforderung erscheinen, die durch den Wettbewerb mit fortschrittlicher Technologie aus einer dynamischeren ausländischen Wirtschaft entstehen. Aber das ist es nicht. Das Abschotten von Produkten, mit denen die Vereinigten Staaten nicht konkurrieren können, wiederholt die verpfuschte Reaktion des Ching China auf seine Begegnung mit der industriellen Revolution im Jahr 1793. In jenem Jahr, nach der Inspektion der breiten Palette innovativer Produkte, die von einer großen britischen Handelsmission an seinem Hof präsentiert wurden, wies Kaiser Qianlong die Gelegenheit zurück, die westliche industrielle Leistungsfähigkeit zum Vorteil Chinas zu nutzen. Er erklärte selbstzufrieden, dass er und China alle Dinge besäßen und fügte herablassend hinzu, dass sie keinen Wert auf seltsame oder geniale Objekte legten und keinen Gebrauch für solche ausländischen Erzeugnisse hätten. Diese selbstgefällige, arrogante Weigerung, die Vorteile der Öffnung Chinas für den Handel mit dem aufstrebenden Westen anzuerkennen, oder mit ausländischen Wissenschaftlern, Technologen, Ingenieuren und Mathematikern zusammenzuarbeiten, führte zu wirtschaftlicher Stagnation, militärischer Niederlage und innerer Unordnung. Sie gipfelte im Sturz der Vorherrschaft und regionalen Hegemonie, die Peking zu bewahren suchte. Das Schließen der Tür zu überlegenen Waren und Dienstleistungen verewigte Chinas wettbewerbliche Unterlegenheit und verankerte Mittelmäßigkeit, anstatt Selbstverbesserung zu fördern. Offensichtlich kann übertriebene Selbstversorgung nach hinten losgehen. Der Versuch, alles selbst hinter verschlossenen Türen herzustellen, ist eine verlierende politische und wirtschaftliche Strategie. Wie das grobe, aber treffende Sprichwort rät, wenn du die Waren nicht produzieren kannst, verschwende keine Zeit in der Werkstatt. Es gibt keinen Grund zu glauben, dass Washingtons starre Reaktion auf die Herausforderungen, die ein wirtschaftlich dynamisches und zunehmend innovatives China mit sich bringt, zu einem anderen Ergebnis führen wird. China produziert jetzt 36% der weltweit hergestellten Waren und seine Wirtschaft ist in Bezug auf die inländische Kaufkraft ein Drittel größer als die Amerikas. Zum ersten Mal seit zwei Jahrhunderten hat China eine überzeugende Selbstverteidigungsfähigkeit. Aber Chinas größte Herausforderungen für die Welt sind nicht primär militärischer Natur. Eine amerikanische militärische Antwort wird sie nicht überwinden. Dennoch hat sich die Vereinigten Staaten für einen fast ausschließlich militärischen Ansatz gegenüber Chinas Rückkehr zu Wohlstand und Macht entschieden. Die Umleitung von Investitionen in endlose Kriege, militärische Aufrüstungen und Wettrüsten mit China und Russland hat zu einer Verschlechterung der US-amerikanischen Infrastruktur, sinkenden Bildungsstandards, Desinvestitionen in wissenschaftliche Forschung und öffentliche Gesundheit sowie Steigen der Verschuldung geführt. Im Atomzeitalter sollte keine Großmacht wünschen, einen unversöhnlichen Feind aus einer anderen zu machen. Aber genau so behandelt Washington derzeit sowohl Peking als auch Moskau. Inzwischen ist die Bedrohung durch nukleare Eskalation kein wirksames Abschreckungsmittel mehr gegen konventionelle Kriege zwischen Nuklearmächten. Russland ist die am stärksten bewaffnete Nuklearmacht der Welt, aber die Vereinigten Staaten sind in einen verlustreichen Stellvertreterkrieg mit Russland in der Ukraine verwickelt. Indien und Pakistan haben trotz ihrer Atomwaffen Arsenale gegeneinander gekämpft. Das Risiko einer Eskalation auf nukleares Niveau ist ernst. Warten Sie nur, bis eine Nuklearmacht einer Bedrohung gegenübersteht, die sie als existenziell betrachtet. Es ist bemerkenswert, dass keine Marine einer Großmacht seit 79 Jahren eine große Schlacht geführt hat. Es gab keine größeren amphibischen Landungen seit 1950, also vor 73 Jahren. Es hat seit 1954 in Korea keine direkten Luftkämpfe zwischen gleichwertigen Konkurrenten mehr gegeben, als die embryonale chinesische Luftwaffe und nordkoreanische Flugzeuge, die von Russen geflogen wurden, in Luftkämpfe mit der US-Luftwaffe verwickelt waren. Das war vor 70 Jahren. Westliche Kampferfahrung gegen alles Außeraufständischen fehlt. Überall außer in Russland und der Ukraine hat das Bewusstsein für Technologien, die die Kriegsführung verändert haben, wenig Fortschritte gegen politisches Getue auf der Grundlage von Wunschdenken gemacht. Alle westlichen Militärs sind darauf ausgelegt, Gegner mit unterlegener Technologie und ohne Luftstreitkräfte oder Marinen zu bekämpfen. Sie alle stellen sich kurze, siegreiche Kriege vor, nicht langwierige Abnutzungskriege. Keine westliche Wirtschaft hat die industrielle Kapazität oder Ausdauer, um einen Abnutzungskrieg gegen einen sogenannten gleichwertigen Konkurrenten zu gewinnen. Ein Krieg um Taiwan könnte den Status der Insel entscheiden, aber selbst wenn dies der Fall wäre, würde es zu langwieriger Feindseligkeit zwischen China und den Vereinigten Staaten führen. Ein Abnutzungskrieg oder eine katastrophale gegenseitige Zerstörung durch einen nuklearen Austausch könnte sich als unvermeidlich erweisen. Die einzige Gewissheit, sollte ein solcher Krieg stattfinden, ist die Zerstörung von Taiwans Wohlstand und Demokratie, die Eliminierung seiner Halbleiter und anderer Hochtechnologie Exporte und der Verlust des größtenteils der jeweiligen Marine- und Luftstreitkräfte sowohl Chinas als auch der Vereinigten Staaten. Es wird gesagt, dass ein Atomkrieg nicht gewonnen werden kann und niemals geführt werden sollte. Aus vielen Gründen gilt dasselbe für einen Sino-amerikanischen Krieg über Taiwan. Die Vereinigten Staaten ersetzen nun gewohnheitsmäßig Zwangsmaßnahmen, die unterhalb der Kriegsschwelle liegen, durch diplomatischen Dialog. Sanktionen und Ausgrenzung haben Verhandlungen als bevorzugte amerikanische Reaktion auf Meinungsverschiedenheiten mit anderen Ländern verdrängt. Aber in den internationalen Beziehungen, wie auch in der Kriegsführung, sollte man niemals den Kontakt zu seinem Gegner verlieren. Empathie, sich selbst zu kennen und seinen Gegner zu kennen, sind für den Erfolg in der Diplomatie ebenso unverzichtbar wie für den Sieg auf dem Schlachtfeld. Die Vereinigten Staaten und ihre westlichen Partner setzen routinemäßig einseitige Sanktionen ein, um Länder und deren Volkswirtschaften zu isolieren. Sie verwehren ihnen den Zugang zu Handelsabwicklungssystemen, frieren oder beschlagnahmen deren staatliche Vermögenswerte, verweigern ihnen den Zugang zu Technologie, schränken deren Exporte und Investitionen ein, verbieten Transaktionen mit ihnen und verweigern die Ausstellung von Visa für deren Beamte und Bürger. Sanktionen erzeugen Ressentiments und befeuern den Widerstand ihrer Ziele, während sie Märkte verzerren und Eigeninteressen an ihrer Fortdauer schaffen. Sie verfestigen Probleme, anstatt sie zu lösen, aber sie haben eine treue Anhängerschaft, besonders in meinem Land. Die Nettoauswirkung des amerikanischen Sanktionswesens und Protektionismus ist, dass die Welt immer weniger als die vorherige Summe ihrer Teile wird. Die neue Haltung der USA zu Handel und Investitionen ersetzt Sanktionen und geopolitische Risikobewertungen, die auf nationaler Sicherheitsparanoia basieren, durch vergleichende Preis- und Qualitätsbewertungen als Grundlage für Geschäftsentscheidungen. Dies verringert die globale wirtschaftliche Effizienz, das Wachstum und den Wohlstand. Es befreit unkompetitive inländische Oligopole, die nun die amerikanische Wirtschaft dominieren, von Wettbewerbsdruck, bessere und billigere Produkte herzustellen. Es beraubt US-Produzenten wirtschaftlich wünschenswerter Produktionsinputs und verankert die Inflation. Es ersetzt quasi gerichtliche Streitbeilegungsmechanismen im internationalen Handel durch Nullsummen Wettbewerbe der Wirtschaftsmacht. Es untergräbt globale Währungsreserve und Handelsabwicklungssysteme und fördert die Bildung konkurrierender Währungsblöcke und Austauschmechanismen. Es teilt die Welt in mehrere segregierte politische und wirtschaftliche Blöcke, die Handels- und Investitionsströme mit anderen Blöcken oder Ländern zum Nachteil des globalen Wohlstands und der wirtschaftlichen Effizienz einschränken. Es führt zu weiterer Stagnation und technologischem Rückgang, was kein realistischer Ansatz zur Reindustrialisierung Amerikas ist. Es treibt die Welt zu militärischen statt diplomatischen Lösungsversuchen für Probleme, von denen die meisten nicht auf dem Schlachtfeld gelöst werden können. Die politische Elite der USA stellt ihre neue Haltung zu Handel und Investitionen als Konsolidierung von Allianzen dar, während sie sich gegen unfaire Konkurrenz aus dem Ausland wehrt. Aber aus globaler Perspektive betrachtet erleben wir das Wiederaufleben von Zivilisationsstaaten wie China, Indien, Japan und Russland. Es gibt eine erstarkende Renaissance der islamischen Welt, die Wiederbehauptung der strategischen Autonomie durch Frankreich und andere europäische Mächte sowie den Aufstieg neuer, mittelgroßer Mächte wie Brasilien, Äthiopien, Indonesien, Korea, Mexiko, Nigeria, Saudi-Arabien und Südafrika. Wir sehen auch das Aufkommen der Asien, der Vereinigung südostasiatischer Nationen, als bedeutenden, unabhängigen Faktor in der Weltwirtschaft. Außerdem denke ich, dass wir den Beginn der Realisierung des enormen demografischen und wirtschaftlichen Potenzials Afrikas erleben. Dies sieht eher wie ein Rückzug der G7 in eine defensive Zitadelle aus, als eine Wiederbelebung der globalen Zentralität der atlantischen Zivilisationen. Es besteht die Gefahr, dass der Westen eher am Rand als im Zentrum der Zukunft steht und seine zuvor dominante Rolle im menschlichen Fortschritt marginalisiert wird, während parallele internationale Gemeinschaften und Ordnungen entstehen. Die faktische Isolation des Westens von der globalen Mehrheit wird durch weltweite ideologische Verschiebungen und durch ein Verhalten, das durch den Verlust des Selbstvertrauens in den Nationen der atlantischen Welt getrieben wird, verschärft. Zu den wirkenden Trends gehören der Aufstieg religiösen Eifers in Christentum, Hinduismus, Islam und Judentum, sowie radikale Veränderungen in den Normen des sozialen Verhaltens in westlichen Gesellschaften. Selbst wenn ein Großteil der Welt traditionelle Werte bekräftigt, preisen westliche Eliten die Tugenden der Geschlechter Fluidität, des Hedonismus und andere Aspekte des sogenannten Woke-ismus, der Intolerant-Toleranz gegenüber lange als unmoralisch betrachteten Verhaltensweisen fordert. Unterdessen bestehen die Vereinigten Staaten und die G7 weiterhin darauf, dass andere Länder Regierungsmodelle und Regeln übernehmen, die der Westen selbst aufzugeben scheint. Die inneren Spaltungen, Instabilität und Dekadenz der Vereinigten Staaten und ihrer G7 Verbündeten spiegeln sich in selbst widersprüchlichen und ineffektiven Aussagen und Handlungen im Ausland wieder. Die globale Mehrheit betrachtet das Verhalten der Euro-Amerikaner in Fragen wie den Kriegen in der Ukraine und Palästina als offensichtlich heuchlerisch, basierend auf Doppelmoral und gerechtfertigt durch Erzählungen, die sichtbaren Realitäten widersprechen. Die Länder, die der Westen einst kolonisiert oder dominiert hat, sind nicht mehr bereit, seiner Führung in den Weltangelegenheiten zu folgen. Kurz gesagt, wir erleben das Ende einer einheitlichen, vom Westen dominierten Weltordnung und deren Ersatz durch ein Durcheinander von Kooperationen und Rivalitäten auf subglobaler Ebene. Etwas ähnliches geschah aufgrund des verheerenden Chaos des Dreißigjährigen Krieges in Europa. Das war eine Unordnung, die aus kriegführenden Staaten Bestand, ähnlich wie die Geschichte Chinas vor der Chin Vereinigung oder Indiens vor Ashoka. Aber der Dreißigjährige Krieg endete mit dem westfälischen Frieden, der ein System des friedlichen Zusammenlebens zwischen mehreren souveränen Staaten etablierte, die ihre kulturelle Vielfalt respektierten. Sein Ergebnis ist in den fünf Prinzipien des friedlichen Zusammenlebens verewigt. Die Frage für ihre Generation und die nächste in China, dem Westen und dem Rest der Welt ist, ob wir dieses Ergebnis replizieren und unseren Abstieg in die Anarchie beenden können. Wir müssen einen Frieden schaffen, der auf gegenseitigem Respekt für die territoriale Integrität und Souveränität des Anderen, gegenseitiger Nichtangriff, gegenseitiger Nicht-Einmischung in die inneren Angelegenheiten des Anderen, Toleranz, basiert. Wenn wir das nicht schaffen, riskieren wir mehr als unseren Wohlstand. Wir riskieren unsere Existenz. Wenn Ihnen die Kriegstreiberei und die ewigen Meinungsmache in den Mainstream-Medien genauso auf die Nerven gehen wie mir, dann empfehle ich das Magazin International. Seit über 40 Jahren publiziert dieses österreichische Widerstandsblatt vernünftige Analysen des Zeitgeschehens auf Deutsch. Hochkarätige Akademiker, Diplomaten und ortskundige Experten schreiben darin über alles von Südamerika, Europa, über den Nahen Osten und Afrika bis hin zu politischen Geschehnissen in Asien. Das vierteljährliche Heft erhalten Sie physisch und es wird Sie sicher freuen, mal was Vernünftiges zu lesen. Ein r.at Können Sie sich das noch heute bestellen? Meine ehrliche Empfehlung für eine gute Lektüre.